Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde in den Morgenstunden des 13. Mai 2024 gegen 7.30 Uhr im Stadtteil Färmersleben eine Frau angeschossen. Aufgrund der lebensbedrohlichen Schussverletzung befindet sich die 51-Jährige weiterhin in medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus. Der Tatverdächtige ist aktuell flüchtig und wird wie folgt beschrieben. Männlich, schlank, 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, kurze, schwarze, gelockte Haare, schwarze Weste, dunkle Hose, blaue Pullover. Er trug eine Atemschutzmaske FFP2 mit Ausatemventil und auf dem Kopf trug er ein Basecap oder eine Kapuze. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Hinweise zur Tat und oder dem Täter geben? Darüber hinaus ist es denkbar, dass er sich im Vorfeld der Tat in der Nähe aufgehalten haben könnte, um die Gegend auszukundschaften. Alle Informationen werden unter der Telefonnummer 0391 546 1687 oder an jeder örtlichen Dienststelle entgegengenommen. Über das eingeblendete Hinweisportal können Bild- und Videodateien eingereicht werden.